Yo, was geht ab Freunde? Willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und zwar soll es in diesem Video um MC Bilal gehen, denn er released heute Abend um 23.59 Uhr beziehungsweise um 0 Uhr einen neuen Song, okay? Das Ganze soll Gibt es einen Weg heißen und ja, ist ein echt geiler Song eigentlich. Ja, ich würde mal sagen, wir hören in ein, zwei Stellen vom Lied rein, eine kleine Hörprobe. Für den ganzen Song müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden, kommt dann heute Abend, dann könnt ihr das Ganze euch auf Dauerschleife reinziehen, okay? Es wird auf jeden Fall das letzte Video sein für heute. Und ja, dann würde ich nicht länger rumfackeln. Let's go! Ja, wie gesagt, das war ein Part von MC Bilal. Ich schaue mal kurz, dass wir uns gleich noch ein Stück von der Hook vom Refrain reinziehen. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr den Part von MC Bilal fandet. Das Lied eigentlich an sich geht gut fit, geht gut in Ordnung. Heute Abend könnt ihr euch das Ganze dann reinziehen. Heute kommen sehr, sehr viele geile Songs, muss man schon sagen. Heute geht's ab. Ich feiere solche Freitage, an denen einfach viele geile Tracks kommen. Das feiere ich viel, viel mehr. Es gab jetzt den letzten einen Freitag, da war Tote Hose. Aber die Freitage davor, die gingen gut ab. Also da geht gut was. Jetzt noch ein Ausschnitt vom Refrain. Ja Leute, das soll es eigentlich auch schon gewesen sein. Ich will euch nicht zu viel zeigen. Und dann würde ich sagen, das war es eigentlich auch schon mit dem Video. Eine kurze Hörprobe zum Song. Das Ganze könnt ihr euch dann heute Abend geben. Bringt noch ein bisschen Geduld mit. Müsst ihr noch ein bisschen abwarten. Und ja, das war es dann auch schon mit dem Video. Dann würde ich sagen, Peace und bis zum nächsten Mal.